Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu meiner Sendung Jetzt sind wir im Bestpark München. Ich habe eine Einladung vom Kulturreferat München bekommen und ich habe den Menschen hier im Park gezeigt, wie man Thai-Tanz macht. Ich habe auch die Videoaufnahme gemacht. Wir können uns gleich das Video anschauen. Guten Abend meine Damen und Herren, ich komme aus Thailand und heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man thailändischen Tanz macht. Also wir machen dann langsam zusammen und der Tanz ist so, man macht die Handbewegungen. Also wir probieren zuerst die Hände ausstecken und dann die Finger zusammen. Genau, noch zwei Finger und den Daumen. Wenn wir die Hände hochziehen, dann das lassen wir los. Genau, so ein Bogen. Ein, zwei, drei zuerst. Runter so und hoch und runter und hoch. Genau und unser Druckmusik geht so ein, zwei, drei, vier. Es geht immer. Es geht immer ein, zwei, drei, vier. Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun, machen Sie einfach ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. Das ist ganz einfach. Und ich würde sagen, die erste Bewegung, das machen Sie so wie Schwimmen. So, die Hände so. Und dann zur Seite und man geht so hoch. Also rechts, links, rechts, links, rechts. Wenn wir zusammen die ganze Bewegung gehen, das geht so ein, zwei, drei, vier. Ein, zwei, drei, vier. Wir schwimmen. Ein, zwei, drei, vier. 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 Ein, zwei, drei, einfach stoppen. So, alle umdrehen rum. So, alle, drei, vier. So, amben, das K Dave findet man K Muslims. So, amben. So, amben von spoke sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020